Hallo Jungs und Willkommen zu einer neuen Folge, zur zweiten Folge von Craft Attack 8, Leute. Wir gehen direkt drauf auf den Server. Ihnen ist jetzt einiges passiert, dem ich habe einen Livestream gemacht, aber natürlich auch auf YouTube hier. Wow, wo stehe ich? Ich selekte nochmal kurz beim Anfang. Guckt euch an, guckt nicht genau hin. Guckt nicht zu genau hin. Ich will es euch noch nicht genau zeigen. Ich habe nämlich einen langen Livestream gemacht. Vier Stunden habe ich gestreamt direkt am ersten Tag. Aber natürlich sollt auch ihr hier auf YouTube sehen, was irgendwie passiert ist. Ey, alle meine Boten wurden geklaut. Alle meine Boten wurden geklaut. Also, was ist das denn? Ich kann ja nicht ganz zeigen, was hier ist. Oh, eine schöne Schaukel. Wer hat die denn gebaut? Das war Stegi. Aber ich würde sagen, ich gebe euch einfach mal einen kleinen Einblick in das, was im Livestream passiert ist. Ihr kriegt nur ein bisschen mit, was wir hier gemacht haben. Denn es gab einen Kampf gegen Rehwi. Ich habe gegen Rehwi kämpfen müssen. Und zwar fast bis zum Tod. Das war ganz knapp. Das sollt ihr euch mal anschauen. Viel Spaß damit. Was wird das, Stegi? Leute, habt ihr nicht alle, was das werden soll? Pass auf, siehst du gleich. Für die gemeinsame Zeit. Oha. Er baut mir ein Geschenk, glaube ich, hier. Oha. Ich habe ja auch eine Schaukel. Oha. So eine Hollywood-Schaukel direkt am Meer. Wie nice ist das denn? So, so, so. Und dann mache ich irgendwann aber noch ein bisschen Fenster. Ich muss irgendwie reinbekommen in irgendeiner Form. Oha. Ah. Eine Schaukel hat Stegi mir gebaut. Wie nett ist das denn? Oh. Boah, das ist aber echt nice. Baut mir einfach mal so eine Schaukel. Wie cool. Da fährt er weg. Okay. Einmal kommt er einfach her und baut uns sowas. Nice, Mann. Stegi ist der Beste. Ich würde das Haus aus glattem Bodenstein machen. Ja, das habt ihr ja schon gesagt. Dafür muss ich dann aber einmal, ähm, dafür muss ich das natürlich farmen erst mal. Habe ich ja gerade nichts mehr. Mach Panorama-Fenster in die Ecke. Ja, ich finde, es passt nicht so, wenn ich hier so ein Panorama-Fenster mache. Ja, das sieht eigentlich geil aus. Ich finde, es passt dann eben nicht so zum Haus halt, wenn hier auf einmal so ein Panorama-Fenster wäre. Aber man muss sagen, gerade passt auch irgendwie nicht so ganz, dass es hier so nach hinten weg geht, oder? Ne, wir lassen es erst mal so, wie es ist. Wir können ja immer noch ändern, ne? So ist ja nicht. Was ist das für ein Holz? Wow. Das ist nicht mein Holz. Hä? Was ist das denn? Leute, hat hier jemand gebaut, oder ist das, ist das generiert? WTF? Spruce Planks? Hä? Ein Schiffswrack? Was? Habe ich ein Schiffswrack gefunden? Wie, ein Schiffswrack? Was hier in die Wand rein ist? Unter dem Berg? Hä? WTF? Als ob hier einfach ein Schiffswrack ist. Und wie komme ich jetzt rein in das Schiffswrack? What? Aber das ist ja geil. Dann können wir das Haus... Oha, wir können einfach so Vintage Reclaimed Schiffswrack... What? Können wir dann benutzen als unser... Als unser Hausholz. Dann benutzen wir nicht mehr... Das ist ja geil, Leute. Dann haben wir einfach... Wir haben sogar Treppen. Dann haben wir einfach... Ich... Oh Gott. Ich weiß, wir könnten das Holz auch einfach... Ähm... Farmen gehen. Aber... So, jetzt können wir ja... Können wir das Holz halt nehmen. Das Spruce Wood. Und können halt... Das ist halt so eine Geschichte dann von dem Holz. Hä? Ist ja... Ist ja legendär. Da sind Kisten drin. Okay. Ah, Kiste! Bis direkt neben eine Haustür. Auf einmal so hat er es. Okay, wir kriegen Kohle. In meinen einen Gunpowder. Ist das ein bisschen so ledert? Ja. Nichts krasses jetzt. Manche sagen, ich sollte das ganze Schiff ausbuddeln. So von außen. Aber ich glaube, das ist ein Sauaufwand. Weil hier ja überall... Es ist ja komplett generiert praktisch. Aber das wäre natürlich auch eigentlich eine coole Aufgabe. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen was schon abgebaut. Aber ist ja nicht schlimm. Das sieht dann einfach so aus, als ob das beim Schiffswrack passieren mäßig kaputt gegangen wäre. Aber ihr habt recht. Ich darf ja eigentlich sozusagen kein Holz kaputt machen. Sondern um das Holz herum. In welche Richtung, würdet ihr sagen... Achso, ich habe doch schon eine zweite Kiste. Aber das ist die eine. In welche Richtung, meint ihr, sollte ich gehen? Das wäre eigentlich gar keine schlechte Aufgabe, ne? Einfach alles abbauen. Und dann ist das so das freigelegte Schiff. Es ist halt sauaufwendig. Da brauche ich ein bisschen mal Diaspitzhacken und so. Erstmal, bis ich das mache. Aber das ist eigentlich echt cool. Weil dann liegt hier so ein Schiff direkt bei mir. Das sind hier die Jungle Planks, die wir auch noch haben vom Schiff. Und die Spruce Planks. Wir brauchen halt ein bisschen was vom Schiff brauchen wir für unseren Boden. Weil wie geil ist das, dass wir Spruce Wood Planks haben. Das aber nicht normale Spruce Wood Planks sind. Sondern die sind um die sieben Weltmeere gesegelt. Und das wird einfach unser Boden. Oh, Junge. Alle wollen schlafen. Aber ich kann halt nicht. Es tut mir leid. Ich will ja. Aber es geht nicht. Das Schiffswrack ist ja praktisch direkt dahinter. Und wenn man sozusagen ein ganzes Schiffswrack aushöhlt. Und da drin. Dann braucht man nicht mal mehr ein Schiff da draußen. Also kann man trotzdem noch so ein Freizeitbötchen bauen. Aber dann könnte man trotzdem hier. Und dann geht man praktisch noch einen kleinen Gang rein. Und boom. Schiffswrack. Und im Schiffswrack sind dann ganz viele Kisten, wo alles gelagert ist. Ey, das ist die geilste Idee. Seriously. Das ist die geilste Idee. Oder? Leute. Ich finde das eine gute Idee. Ich finde das mega. Ich lese die Subs vor eigentlich alle. Leon 1630. Der Toei ist da. Vielen, vielen Dank an euch. Ich habe eigentlich alle mitbekommen heute. Wäre nice, oder? Einzelnen Chat, wenn ihr es nice findet. Das wollte ich immer schon mal sagen. Was baust du? Bin neu. Wir haben hier einen Schiffswrack gefunden. Das hier ist ein Schiffswrack. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie, wo, was, wohin gehört hier. Aber das ist auf jeden Fall ein Schiffswrack. Und ich will das komplett ausheben. Und in das Schiffswrack mein Lager bauen. Und Teile von dem Holz im Schiff benutzen wir, um hier den Boden auszulegen. Dass wir das Reclaimed Vintage Holz haben. Und dann wird es natürlich hier ein schönes Strandhaus. Und Steg hätten wir auch schon eine Schaukel gebaut. Ja, und das ist so ein bisschen der Plan. Hier kommt noch ein Infinity Pool hin. Und im Infinity Pool dürfen dann die Schildkröten auch schwimmen. Das sind so grob zusammengefasst meine Pläne. Und gerade bevor wir losgehen zu Revi, möchte ich einmal alles hier einfach nur so halbwegs zumindest einsortieren. Verkaufst du Fortune 3 Fragezeichen? Kaufen wir da direkt ein. Ah. Das wäre natürlich nice. Weil die brauchen wir eigentlich, wenn wir Diafarm gehen. Und dann machst du Kredit, dass ich ihm Dia danach gebe. Du musst es ja dann erst farmen. Ein Dia gleich Fortune 3. Freundschaftspreis. Ah, the Joe Craft. Aha. Joe Craft verkauft ein Dia, Fortune 3. Und was macht der andere? Ah, Joe macht den guten Preis. Okay, die Arbeit ist zusammen. Oh, der Stummi möchte schlafen. Der hat nur Holz-Tools, sagt er. Der ist ja noch schlechter als ich dran. Ich würde ja gerne schlafen, aber ich kann nicht, weil irgendwo ein Monster sind. Ah, da guckt er, ist er. Oh nein. Wow. Wow. Was soll die Augen? Ah. Wow, ey. FN-Chat, FN-Chat. Wow. Einfach. Aber das war alles Verkaufstaktik. Das war alles Verkaufstaktik, damit ich jetzt Mitleid bekomme und einen besseren Preis bekomme. Oh, Revo ist auch bei Creeper. Okay, Jokov hat gesagt, ich glaube, ich darf. Dann fahre ich zu Jokov rüber. Merkt es euch, Chat? 666 und minus 7852. Wow, das ist voll weit weg, oder? Nee, ist nicht weit weg. Okay, ist nicht weit weg. Ja, perfekt. Dann komme ich da hin. Ist der Spawn übrigens da oben? Ja, schön, wo ich es markiert habe. Da sind wir am Spawn. So. Auf zu Joe. Wer immer da unten baut. Einfach so eine ekelhafte, viereckige Insel. Aber gut. So, Mr. Joe. Oh. Gucken wir hier nochmal auf der anderen Seite, oder was? Aber ich kann auch nochmal boosten. Da ist Joe. Ja, okay. Boah, aber schon. Alter, was haben die denn gebaut? Ach ja, das habe ich bei denen nicht gesehen schon. Alter. Oh, da ist auch der Kroko. Große Eröffnung heute, 19 Uhr. Ja, aber davor. Er hat gesagt, ich kriege davor schon was. Hayo ist er auch hier. Alter. Joecraft. Achso, ich dachte, hier ist er doch. Aber das ist genau der Punkt hier, wo die sind. Ähm. Ist er da unten? Wah! Oh mein Gott. Wo haben wir denn das verdient? Oh mein Gott. OMG. Oha. Aber das wollte ich jetzt ja gar nicht alles kaufen. Also das wollte ich kaufen. Nicht, dass jetzt... Alter. Die erwarten jetzt bestimmt, dass ich alles bezahle. So viel Geld habe ich auch nicht. Oha. Ehre. Ehre. Als ob. Joe, Alter. Die Crew übertreibt hier. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Abgesehen von dem Dier natürlich. Wie sie jetzt da so stehen und so. Ich weiß auch nicht. Alles gut. Wir helfen gerne. Und? Du kommst gut voran? Ja, voll. Ich habe schon ein Haus fast. Und neben meinem Haus ist eine... Ist im Berg ist ein Schiffswrack eingeschlossen. Das lege ich gerade frei. Und das wird mein Lagerraum. Ja, cool. Willst du noch... Brauchst du noch was an Tools? Hm. Ja, Dier Tools. Hier, komm mal hier hin. Stimmt. Wir haben ja einen offiziellen. Hier, hier, hier. Servus. Wo hier? Du musst einfach Werbung für unseren Weihnachtsmarkt machen, wenn du da bist. Okay, ich mache Werbung für den Weihnachtsmarkt. Ich bin Influencer. Ich kann auch eine Insta-Story machen. Ich kann eine Werbeintegration in einem YouTube-Video machen. Und mein Kurs sind halt in Diamanten. Je nachdem, wie viel, ne? Ja. Bist du Bescheid? Davon haben wir genug. Davon haben wir genug. Wir wollen Shopping-District eröffnen mit Weihnachtsmarkt. Und wir überlegen später noch... Aber habt ihr auch Abstandsregeln wegen Corona und so? Ja, selbstverständlich. Ja, ja. Kein Problem. Okay. Aber das ist wichtig, ne? Die neue Netherite-Rüstung. Frisch im Sortiment. Mit absolutem Spuckschutz. Und wie teuer ist so eine Netherite-Rüstung? Weil die dauert doch ewig, dachte ich. Die wissen wir doch nicht, ob wir sie anbieten und wann wir sie anbieten. Wir haben noch zwei komplette hier, Deiner. Oha, aber anscheinend ist sie noch so wertvoll, dass selbst ihr die nicht alle anhabt. Ja, hier oben in der Kiste liegen die. Ja, es dauert Asch lange halt, diese Teile zu finden. Diese Scrap-Dinger. Wo sitzt sie wirklich? Wir haben jetzt über 16, 17 Stunden Spielzeit da reingesteckt, um das hier alles aufzubauen. Es ist einfach der erste Tag. Und ihr so, ja, 16, 17 Stunden haben wir. Ja, aber was vor? Oh, wir wollen hier aus Herr der Ringe das, wie nennt sich das Ding nochmal? Batur. Ja. Batur bauen. Das ist lustig. Soll ja nicht langweilig werden. Deiner, wir werden vielleicht sogar überlegen, ob wir so eine kleine Challenge machen, Chat Wars, wo dann mehrere Leute teilnehmen können. Okay. Und dann müssen die sich den Bildschirm abdecken und der Chat muss die dann steuern durch so ein kleines Labyrinth. Und der erste, der an sie kommt, der wird von uns wahrscheinlich einen richtig krassen Preis kriegen. Ah, okay. Das ist cool. Das ist cool. Das ist eine gute Idee. Da bin ich dabei. Sag Bescheid, wenn das soweit ist. Ja. Gerne, gerne. Das ist geil. Darf ich hier das einmal hier benutzen bei euch, um den Amboss, meine ich? Ja, ja. Brauchst du noch? Also wir können ja gucken, sonst helfen wir ein bisschen. Ah, ich kriege hier überhaupt mein Fortune 3 jetzt schon drauf. Ja, kostet das. Lieber Janus. Hast du noch ein paar Erfahrungspunkte? Ja, komm, ich mach eben für dich. Ich warte immer noch. Ich kann auch, wenn Dena oder Koko noch was haben. Ich habe nämlich leider nur noch vier Erfahrungspunkte. Ich habe noch 21, das sollte reichen. Wenn wir noch irgendwie auf die Fortune-Spitzhacke noch Efficiency oder sowas draufbekommen. Ja, wir haben auch Bücher mit Efficiency 5. Ja, komm, hier ist Efficiency 5. Komm, Unbreaking Efficiency. Gib her. Reiner. Gib mal her, Dena. Ja, ich kann die machen. Ich habe die hier. Ich habe die drauf, Josef. Ich habe noch ein Level. Ich tue ihm die kurz drauf. Gut. So. Bogi, wenn du mir eben die Sachen gibst, verkrafte ich die. Hier, Dena. Jetzt hast du deine OP. Wo bist du? Hier hinter dir. Achso. Hier mit. Ja, Joe. Ich wollte sagen, wenn du eben die Sachen gibst, verkrafte ich die. Oh. Ha. Bitte. Oha. Killer. Jungs, ihr seid Killer. Ich wollte mir noch eine Tour geben, weil ich wollte gucken, was ich hier gebaut habe. Also nur, wenn ihr Zeit habt, natürlich. Ja, ja. Wollen wir unten anfangen? Bei den Villager, Josef? Ja, komm. Da musst du dich machen. Aus sichtlos. Einfach aus sichtlos. Das ist halt nur unsere Temporierung. Wir haben unsere Game-Aus-Temps noch mal haben. Was ist das denn? Zack. Ja, also unser Ziel war jetzt halt am Anfang erstmal hier gute Deals zu kriegen, weil man kann die Zombies oder die Villager... Ah, lass mal vorsichtig sein. Oder lass mal eben hinlegen, damit hier nicht gleich Creepers. Das hochgehen, das wäre schön. Ja, ja, ja. Schön. Wir schlafen mal kurz alle. Kannst du mal mitkommen? Ich glaube, wir haben genug Betten. Zumindest drei. Gemeinschaftsschlafen. Immer toll. Im Haus hier? Guten Tag. Moin. Hallo. Hey, Gamers Time. Grüß dich. Moin. Hey, JoCraft. Das ist Revi. Oh, Revi nicht. Bitte. Ich bin so froh, dass ich weggekommen bin gerade. Junge, ich habe extra Revi ausgewichen, das ganze Projekt bis jetzt. Ja, ich habe extra eine Auftritte gesucht, seit ich rauskomme aus dem Channel. Ja, lustig. Lass alle auf ihm rumbäschen, haha. Ähm, pass auf, JoCraft, ne? Yes. Du verkaufst ja so verschiedene Dinge. Ja, ach was. Wir. Und wir, wer ist denn wir? Äh, hier die Fraktion Krokodil Andy, Ayosa 100 und ich. Geil. Ich würde gerne was kaufen. Was darf es denn sein? Eine Dia-Rüstung. Gut, vier Dias. Wie viel? Wir haben Buchabreise, Vorsicht. Vier Diamanten für eine Dia-Rüstung? Ja. Hä? Hä? Ähm, wir wollen hier die große Wirtschaftsrezeption auslösen. Gibt es eigentlich ein Limit, was man kaufen kann, Jungs? Oder könnte ich auch direkt ein paar mehr Mending Bücher mitnehmen? Du kannst auch direkt mehr kaufen. Wie viele Menden Bücher mitnehmen? Ähm, ich würde, äh, sechs Stück würde ich nehmen. Ja, sechs. Sechs Mending Bücher. Sag mal, die Preise sind doch nur so günstig, das habe ich schon richtig verstanden, weil ihr den Spark ärgern wollt, oder? Genau. Wir wollen die nicht ärgern. Ich muss es nämlich auch mal kurz verstehen, so. Also ihr verscherbelt gerade unter Wert, selbst an Leute wie die Rehwi. Nein, das ist günstig. Es ist normal, wir kriegen die Bücher für ein Emerald, für ein Appel und ein Ei. Für ein? Wieso kriegt ihr die für ein Emerald? Ich zeig dir, Lena, komm, ich erklär's dir. Josef, oder mach mal einen Trank. Mach, lass uns mal Tränke machen, dann können wir es dir mal zeigen. Wollen wir es dir nochmal zeigen, wie wir, was unser Geschäftsgeheimnis ist? Josef, wir müssen kurz einen Trank machen. Baby, Jungs, wenn ihr... Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Und der Villager will die töten und ihr fahrt die hoch, dann kann er sie nicht töten? Doch, er tötet die. Er wandelt die in den Zombies, in den Zombies. Komm mal bitte alle mit nach hier hinten. Komm mal bitte mit nach hier hinten. Solltet ihr Korallen brauchen, ich baue für euch das Great Barrier Reef ab, nur dass ihr es wisst. Das tut. Gut für die Umwelt. Korallen, Gräfi, können wir brauchen für einen TNT-Duper. Oh, das brauche ich. Was genau, einen TNT-Duper? Wie bitte? Wie ein TNT-Duper hinterlässt eine Störung, das ist eine Störung, das hatten wir ja. Das wäre schon geil. Ey, Dena, Dena, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, jetzt mit dem Gedanken im Kopf. Kannst du auch haben, Dena. Ich komme. Das ist das dämlichste Achievement, was man Minecraft zu machen kann. Hey, ich würde dir gerne ein bisschen was anbieten. Und zwar? Ach, du bist es. Ach, Dena, dir würde ich gar nichts anbieten. Was? Lass mich in Ruhe. Hör mal auf jetzt, Junge. Guck mal, Dena, das Ding ist. Das Ding ist, ich habe jetzt bessere Rüstung gerade. Ich würde, glaube ich, trotzdem gewinnen. Und ich habe High Ground. Ja, Low Ground ist besser als High Ground. Ja, genau. Geh mal ein Stück nach unten. Das dauert halt Jahre, bis wir den Tod fertig gekämpft haben. Evi, werf dem das mal zu. Dena, warte mal. Nee, da haben wir auch. Hier, nimm mal. Ja. Da, kriegst du XP. Huch. Wow, ach so. Weil es eine Hau ist aus dem Stoff. Okay. Ich baue mir eine kleine Bühne hin und singe ein bisschen was für euch. Nein. Nee, ja, warte, warte, warte. Das ist eine gute Idee. Aber wir haben vor, einen kleinen Weihnachtsmarkt zu bauen. Eins, zwei, drei. Dena ist scheiße und der gehört nicht dazu. Niemand will Dena impu... Hey, hallo. Oh, Dena entspann dich bitte. Dena nimmt eine Axt, die macht mehr Schaden. Du hast dein Feld kaputt gemacht, Dena. Oh, Goldapfel, du Opfer. Jetzt geht's dir los. Dena, hör auf. Aha, immer wenn er zu viel Schaden hat, sagt er, hört auf. Er fängt an zu schlagen. Dann hat er... Ah, ja, ja. Leute, macht ein bisschen nichts kaputt mal. Hey, Rewi. Hey, Rewi. 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 Alter, ich bin fast tot. Rewi. Stopp. Okay, hör auf, hör auf. Ich war auch fast tot, Dena. Ich sag's, wie es ist. Dena, wir machen jetzt Frieden, ne? Wo ist denn gerade nicht verfügbar? Ja, wenn's sein muss. Wir haben uns jetzt beide gegenseitig umbringen können, haben's aber nicht getan. Hey, Rewi, hier, komm mal her, ich hab was Cooles für dich. Alter, Dena, Pogjam. Was hast du? Pogjam, Dena, Pogjam. Pogjam, los, was hast du? Ey, macht's Sinn, Mending jetzt schon auf die Rüstung drauf zu machen, dann danach die anderen Sachen? Nein. Einer geht noch, einer geht noch hier. Wer braucht Unbreaking 3? Dena, ich nicht. Dena. Dena? Mhm. Mach Mending erstmal eine gute Rüstung drauf, sonst ist das egal. Hey, eins für jeden. Eins für jeden, Dena, komm. Du hast zuerst geschlagen. Eins für jeden. Eins auch für mich. Eins auch für Rewi, komm. Danke, Dena. Dena, ich hab auch was für dich als Dankeschön. Hier. Wie wär's mit einer OP-Verzauberung? Oh, danke. Hier. Geil, das ist ein Buch von Joe Craft. Let's go. Alter. Da steht es nicht mal signiert von dir, Joe, wirklich. Wir haben keinen Amos-Tent, oder wie nennt sich das Ding hier? Hey, da unten ist doch ein Intern. Wo? Ey, ihr seid richtig reich. Ihr seid wirklich die reichsten von euch, ne? Da sind wir absolut reichste Motherfucker. In ganz... Deshalb sind wir auch hier. Was ging da bitte alles direkt ab mit Rewi? Aber wir haben uns ein bisschen vertragen. Es ist noch einiges passiert, Leute. Das sieht aber alles in der nächsten Folge hier von Minecraft Craft Deck 8. Gleich direkt morgen hoch für euch. Und ihr könnt mal in die Kommentare reinschreiben, soll ich mit Rewi zusammenspielen oder soll ich gegen ihn kämpfen? Weil wir waren es halt so halb miteinander, halb auch gegeneinander. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, diese Staffel mal mehr mit ihm zusammen zu machen. In der nächsten Folge versuchen wir das auch. Also da hat Rewi tatsächlich mir bei einer wichtigen Sache geholfen. Was das genau ist, seht ihr, wie gesagt, morgen, da kommt um, ich sag mal, um 12 Uhr die nächste Folge raus. Von Minecraft Craft Deck 8. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, drückt einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr vom Livestream sehen wollt, schaut einen ersten Link in der Beschreibung. Twitch.tv slash denatv. Da streame ich nämlich ab und zu, wenn ich nicht auch Among Us streame. So wie vielleicht auch heute. Heute streame ich wieder vielleicht Among Us mit... Wer ist denn mit dabei? Mecky ist da euch dabei, Unge ist dabei. Mal gucken wir alles dabei. Ich werde es sehen, wenn ihr damit zugucken wollt, kommt vorbei. Ansonsten vielen Dank, dass du schon. Macht's gut und bis morgen zur nächsten Folge von Craft Deck.